Guten Morgen Österreich, hier ist der Ö3-Wecker Songstar, heute mit Ex-Schwimmstar Mirna Jukic. Ich glaub schon, dass die meisten Menschen erst ein bisschen Fans von mir sind und dass es denen taugt, wenn sie mich dann am Tanzen sehen und ich nur beim Schwiebel. Ich hab ja sehr viel Ausdauer im Wasser, aber das ist nicht zu vergleichen mit der Ausdauer im Land. Auch sich diese ganzen Schrittfolgen merken und wann ist links und wann ist rechts und wann ist links und wann ist rechts. Ist schade definitiv nicht bescheuert, doch es will ich BANDFÜCK, 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 BANDFÜCK. Ist schade definitiv nicht bescheuert, doch es will ich BANDFÜCK, 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 BANDFÜCK. Was ist denen Tags, wenn sie mich dann am Tanzen sehen, BANDFÜCK.